Herzlich Willkommen und viel Spaß beim Video. Die ist ein großes Viech. Ein Schweinchen? Ein Idiot. Ja, ein großes Schweinchen. Ich mache jetzt schnell den Hammer, ja. Ja, okay. Schweinchen, du guckst nicht zu mir. Guck nicht zu dir. Also ich guck zu dir, aber lass dich in Ruhe. Du lässt mich in Ruhe, okay? Aua. Ich bin ja eine kleine Kappe gelaufen vorangst. Komm her, Hai. Komm, 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 komm. Ich muss was trinken. Kannst du jetzt die Hilfe abgehauen sein? Hast du die Pfeile jetzt geschluckt? Komm zurück. Krieg ich ins Wasser, dann kommt der wieder. Eine Pipi-Pflanze! Hallo, sammel doch mal ein, dass... Ja? Ich habe ein bisschen Angst vor Hammerheim, ne? Ja, weil der ist durch die Gegend. Hier ist nur ein Roch, ne? Ich bin ja so ein bisschen traumatisiert, ne? Na toll. Ich habe jetzt meine zwei Pfeilen abgehauen. So war's, ne Schweinchen. Saueli automatisch. Da. So, da bist du tot. Nein, du siehst tot aus. Komm her! Will ich dich ziehen? Ja. Wenn ich ziehe kann, weiß ich, es ist tot. Sehr gut. Das ist ein gutes Indiz, oder? Aua, ja. So, ein Schwein tot. Hast du noch ein Schwein? Nein, gerade nicht. Aua! Ja! Was machst du gerade? Eine Krabbi? Ja, komm, eine Krabbi. Harte, hier schlängelt sich eine Schlange rum. Die packt hier so ein bisschen rum, die Schlange. Okay. Ah! Irgendwo bei mir. Was? Schlange? Also, ich habe jetzt eine Schlange gebürtet. Sieh sie. Sieh sie. Sie einmal erwischt. Nö, sie jagt mich. Äh. Okay. 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 Müssen wir was trinken. Oh, Vorsicht, giftiger Stachel. Ding ins Kirchen. Höh. Brauchen wir noch äh... Kanister? Hat ja nicht schlecht. Ich habe keine Ahnung, wie das hier Sprit wir benötigen überhaupt. dreht es mit dem essen vergleiche denn nicht viel wird das nicht so viel sein ich weiß es nicht ich habe es noch nie bei jemanden geguckt dass im ende gemacht hat meistens hatte ich dann keinen bock mehr weil die personen dann nur mit bauern beschäftigt war und dann auf einmal ich habe übrigens fertig gemacht ja dankeschön hier ist unser schweinchen hallo schweinchen wie geht es ihnen ich hoffe dementsprechend ja 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 bist du zurückgekehrt erwartest du erwartest du deine strafe recht blöd wenn man ihn hört und nicht sieht wieso kann ich ihm keine waffe mit licht oben dran machen meine mama hat gesagt es gibt keine komische frage ist ja der dummen fragen aber komische fragen er ist so schlecht zu sehen das ätzend er mag ich will es mit dir verstecken er will dir zeigen wie besonders du fühlst ich will sie wieder abgehauen komm her komm her zu mir und die reifen treiben schön raus auf dem meer ja ich wollte gerade bauen und dann kam der hai bis mir aufgefallen ist ich habe keinen hammer bei muss ich noch mal aufs rafland das ist der heil gekommen das ist ärgerlich ich bin noch mal meine ich bin noch nicht aufrufen ich bin noch zwei nein der war Oh, wie das Blut hier rumschaut. Das Ding ist sehr disgusting. Dann dauert es noch bis das Hell wird. Oh, ernsthaft? Das ist ja 21 Uhr. Dauert ja eh weh. Warum müssen Sie schon um 21 Uhr ducken? Wir sind ja Karibik. Hallo? Normalerweise ist das auf einer Seite immer noch Hell. Ich weiß nicht, was die Krabben hier bei dieser Schlange machen, aber die Tanzen um die Schlange herum. Ja, das Ding ist zwar bei mir wohl auch. Ich traue mich nicht mal ins Wasser jetzt. Scheiße, ey. Soll ich leuchten kommen oder so? Das finde ich cool. Ja. Also die Reifen gleich komplett weg. Also nachts fischen. Der erwischt mich jetzt nicht. Warte, ich guck wo er ist. Warte, er ist gerade hier. Gott sei Dank. Ich weiß nicht, ob ich ihn noch getroffen habe. Ey, ich habe es doch gerade rausgeholt. Nein. Kannst du mal die Planken weglegen? Ich sehe nichts. Nein. Nein. Ich wollte gar nicht die Planken in die Hand nehmen. Und die scheiß Lampe. Ich weiß nicht, ob ich ihn trocken habe. So. Wollen wir mal sagen, er ist tot? Ja. Ja. Pass auf, da ist noch einer. Sehen auf die Insel. Wo ziehst du ihn denn? Da ist der andere. Schwertei. Hat er dich angegriffen? Der hat mich nicht angegriffen, ne. Dann ist er nur dick. Achso, deine... Da sind noch Pfeile drin. Die werden auf die Insel. Ja, dann zieh ihn auf die Insel. Ich guck, falls ein anderer Heil kommt. Ja, komm her. Und hol deine Pfeile ab. Ja. 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 Ja, alt stück. Ja, alles abgehandelt. doch es war übrigens der gleiche hammerheit von vorher ich habe jetzt was ich weiß wieder sehr gut jetzt macht er seine reiften da also jetzt kommt dieser kommt der andere also ich hier so noch seile endlich irgendwo da habe ich sie abgeworfen dazu braucht ich bin sie direkt mit was soll ich schon noch mehr auf Und dann kann ich das nicht. Oh! Oh! Ich guck zur Seite, auf der anderen Seite sind auch noch Reifen übrigens, wie auf dem anderen Schiff. Okay, okay. Ich weiß zwar nicht was so da machst, aber das sah grad interessant aus. Ich guck rüber und auf einmal fliegt das Raft rüber. Okay. So, dann hol' ich mal die anderen Reifen, die da hinten schwimmt auch noch. Dann können wir ja drei Plattformen gleich bauen. Also einen hab' ich ja schon, ich muss Wasser finden, okay. Wasser haben wir... Und das ist mal weg. So, dann hatte ich hier das. Und jetzt kann ich hier... Einmal Gegengift herstellen. Und das geht dann rein. Hast du einmal Schnur mitgebracht? Ne, ich hab' nichts mitgebracht, ich war voll. Ich hab' das Leder erstmal hergebracht. Oh, einmal. Fühlt ja richtig auf das Wasser. Hm? Ja, das sind dreimal. Ja, drei Minischlücke hier. Ich hab' das Gefühl. Ja. Was erwartest du? Mehr als ein Minischlücke. Dann ist ne Kokosnuss. Fertikokosnuss, Fertikokosnuss geklaut. Jetzt ist nur mitgenommen. Natürlich bin ich... Oh, ich depp. Übrigens, das sind keine Reifen, das sind Fässer. Oh, das aus hier. Groß Fischfleisch. Sehr gut. müssen dann lange haltbar sein klasse ich würde dir raten nicht ins wasser zu gehen die sind zwei große eier und der eine sieht größer aus als der andere und ich kann nicht mal doch kann ich aber cool wer von euch stipp als erstes setzling komm her zu mir wo seid ihr hin? noch ein setzling komm her an setzling 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 komm herr ronno ich sehe gerade keinen Hast du einmal Schnur für mich? Ja, ich hab ganz viel Schnur für dich Warte mal, ich muss mich erstmal einmal abfangen Wie viel brauchst du? Einmal reicht Vielleicht ist es auch nochmal toll Ich lege hier erstmal ab, was ich hier gerade nicht brauche, ja Willst du essen? Fleisch ist fertig Erstmal brauche ich nicht, brauche ich trinken Ich sehe richtig viel im Dunkeln Mal kaum geht man im Wasser west, kommen die Haie wieder Bis 0 Cent Bist du nicht auf dem Raft wohin? Ja, warum? Wieso sind hier die Metallteile? Weil ich vergessen habe, die abzuladen Dann lädst du die auf der Insel ab Ach, herrlich Was hast du da eigentlich? Ja, immer noch Haiyang Achso, okay, ja tut mir leid Ich wollte fragen, was der Herr da verzapft Okay, Haiyang Dann nehme ich mal die Seile mit und bringe sie zum Raft, ne? Ja Kann ich noch irgendwas mitnehmen? Das Falsch können wir erstmal hier lassen Erst das in ein Seil rausgeschmissen Wenn wir nicht rausschmeißen Nehmen wir Metall mit Nehmen wir die Steine mit Dann holz ich so aus als er sich holz dann hole ich kurz holz was ich gesagt ich bin die seile und das metall drüber hast du irgendwo holz ich glaube ich hab ja mit dem looten und so da ist doch noch das sind doch noch flaschen wieso trinkst du nichts ich hab Durst ich hab Durst aber trinken tut dein Herr nicht ne ich will ja dir nix weg trinken guck mal hier ist ne kokosnuss also ne palmer vielleicht lass ich ne kokosnuss fallen trink doch einfach wir haben hier zwei fleaschen da hinten haben wir drei stück also bitte trinkt doch hier haben wir auch noch mal sind die leer genau die leere habe ich habe ich ja hab ich auch meine drauf gepackt hatte halt bei mir im inventar noch eine flasche also ich trinke ab und zu kokosnüsse also kannst du ruhig trinken wunder ruhig naja ich baue schnell die plattform wie sind die haie an zwei stück ein ganz großer und den anderen war ein tiger also ganz normaler tiger hai also eher hier oder eher auf dem boot da hinten eher vorm boot hast du da richtung nördlich vom boot wollen nicht und wir sind zu nah am ufer glaube ich so was ist mit dem gekochtes fleisch so packen wir das nächste drauf habt ihr meine anzeige ja ich bin essen wir mal hier waren ja zwei stückchen unter der palme die hast du gerade reingepackt wo hast du sie reingepackt wo bist du gerade das war der insel ach so da habe ich es reingepackt deswegen war ich gerade verwurten die sonne geht doch genau am falschen ort auf genau der geblendet bin und nischt sehe warten wir noch mal kurz im moment da hinten ist nur noch zwei stellen zum tauchen sobald man da hingeht dann kommen die haie also hinterm schiff vielleicht sind sie deshalb erschienen weil das so zwei blubber dinger sind baby schack baby schack baby schack hallo juna hallo habe ich das schon ne ne jetzt habe ich es leben was brauchst du denn für die hacke äh ich habe eigentlich eigentlich habe ich die hacke mitgenommen eigentlich die müsste eigentlich auf den raft sein eigentlich wieso sagst du doch eigentlich weil ich mir nicht hundertprozentig sicher bin wie geht es dir juna hoffe besser hoffe du bist wieder topfit und eine fahrertour kommt nächstes mal nichts im weg und uneigentlich habe ich es doch nicht ja gut ich habe es mitgenommen ich habe es mitgenommen gar nicht ähm und um eine hacke herzustellen benötigen wir brauchen eine witzhacke ja zwei leder zwei holz ein holz und zwei hausteine hier ich glaube wir haben nur ein leder oder zwei schau mal kurz nach und dann ist da auch zwei leder drin sind wir haben halt sehr viel rohleder aber auf einer in einer kiste war leder einmal einmal nur das ist doof das ist natürlich doof ne mhm wie geht es dir euch mir geht es schon gut den Hai gefunden von äh Tevin hat gerade den Hai gefunden ihm geht es sehr gut er ist auf Haijagd ich habe festgestellt ich werde sehkrank wenn ich anvisiere und schieße wenn du Mäcki angehst ja gemein ich glaube wenn da ey feuer wieso gehst du aus was fällt dir ein da komm her mir ist vorhin voll schlecht geworden wir haben Mäcki gejagt und ähm die ersten paar schüsse habe ich geschafft und dann auf einmal ging es gar nicht mehr weil mir irgendwie schlecht wurde beim angucken war nicht so nice guckst du den Fisch an und auf einmal wird dir kurz übel das war es mit der Folge und vielen lieben Dank fürs einschalten wenn euch das Video gefallen hat lasst doch einen Daumen nach oben da falls ihr es noch nicht getan habt abonniert meinen Kanal falls euch mein schwieriger Content gefällt und aktiviert natürlich die Glocke um mich zu verpassen ansonsten Bye Euer Delike